Hi, 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 hi. Ich dachte, wir enden damit, dass wir dich jetzt schminken. Komm mal her. Blush, 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 blush. Oh, deine Wangen sind überhaupt nicht rot. Gut, dann tragen wir dir jetzt deswegen noch ein bisschen Lippenstift auf. Lippenstift, du hast ja eine Allergie, ne? Dann tragen wir dir jetzt den Lippenstift auf. Komm her. Und noch ein bisschen was ins Auge. Weißt du, was man damit auch gut schminken kann? Geheimtipp von mir, die Augenbrauen. Wir fahren damit jetzt einfach mal deine Brille nach. Das sieht richtig, richtig gut aus. Oh mein Gott, ich habe ja fast die Uhr vergessen. Es ist Uhrzeit und du bist wach. Weiß ich nicht. Was sagst du zu dieser Uhr? Du kannst dir ablesen, wie spät es nicht ist. Siehst du das? Siehst du das? Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Ich kann die Uhrzeit ablesen. Wenn der Sand hier draußen ist, dann ist die Uhrzeit vorbei. Ganz einfach. Ganz, ganz einfach. Okay, genug von der Uhrzeit. Ich sehe gerade, dass du gewaschen werden musst. Das ist aber nicht so gut. Wasch jetzt nicht mal dein Gesicht. Du bist überall angemalt von Lippenstift. Gut, wer hat dich so angemalt? Wer hat dich so angemalt? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Du musst dich jetzt aber leider konzentrieren. Bitte nur auf mein Finger schauen. Nicht auf diesen blauen Busch schauen. Und ja, konzentrier dich, konzentrier dich. Konzentration, konzentration, konzentration. Konzentrier dich. Konzentrier dich. Konzentrier dich, konzentrier dich, konzentrier dich. Gut. Dann wird ihr dir jetzt diese Schlafmaske aufsetzen. Dann bist du aber auch schon ready für schlafen, oder? Bist du dann ready? Fühlst du dich ready? Dann wird dir diese Maske hier mal schön drauf. Lass sie dir so rum drauf. Das ist nämlich am besten perfekt. Hast du Lust von mir, den Mund zugeklebt zu bekommen? Nein? Dann machen wir das jetzt einfach. Gute, komm her. Perfekt. Das sieht ganz schlimm aus. Dann machen wir jetzt ein bisschen Make-up auf deine Lippen. Die schauen nämlich ganz schön blass aus. Ich weiß nicht, ob du es nachvollziehen kannst. Ich weiß auch nicht, wieso, aber irgendwie hast du dir heute gar nicht die Ohren gekämmt. Kann das sein? Ja. Gut, ich habe hier ein Gerät. Damit kann man sich explizit die Nase ein bisschen abwürsten. Und dann machen wir das jetzt auf deinen Kopf drauf, okay? Ja, kein Stress. Bleib jetzt einfach richtig an dem Spann. Weißt du, wo ich mir das auch gerne mache? Auf die Oberschenkel. Ja. Gut, wir massieren ein bisschen dein Gesicht. Lächeln. Die Sonne scheint nicht. Ja, bei mir regnet es nicht. So, das müssen wir aber wegwaschen. Du hast da ein Stück Däser am Gesicht. Schaut aus, als würde dich jemand festhalten. Das waschen wir jetzt weg, okay? Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Hast du die Uhrzeit noch im Kopf? Tch, 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 tch. Nein, ich zeige sie dir kurz. Das ist gar kein Problem. Aber ich finde es doof, dass du das vergessen hast. Warum vergisst du das? Ich weiß gar nicht, was wir jetzt tun sollen. So, guck jetzt, ob ich jetzt Uhrzeit. Welchen Tag haben wir heute? Gut, klappt doch noch. Ich würde sagen, was wir jetzt nicht machen, ist, dir die Haare zu geben. Ja, gut. Deswegen bürsten wir dir die Arie jetzt. Die Bürste macht richtig viel Zieb. Tube, Tube. Bin ich liebevoll. Gut, dann höre ich auch damit. Weil weißt du, was ich nicht verstehe? Wo geht immer dein ganzer Lippenstift hin? Ich habe dir jetzt schon so auf die Lippen geschminkt, dein ganzer Lippenstift ist immer weg. Verstehe ich gar nicht, wir tragen den jetzt nochmal auf und diesmal bleibt er bitte drauf, ja. So, ich wusste gar nicht, dass du berühmt bist, aber das finde ich super. Gib mir mal bitte eine Unterschrift, das reicht, wenn du da einfach mal drauf gehst. Dankeschön. Wobei ich es ein bisschen doof finde, dass du dir echt die Lippen schminkst. Ich finde, das wischen wir jetzt definitiv mal wieder ab. Ich habe hier ein gutes Abschminktuch. Tube, Tube, Tube. Okay, schon besser. Wusstest du, dass das hier Becher sind? Ja. Wusstest du, dass Becher Geräusche machen können? Nein, Becher können auch keine Geräusche machen, aber ich kann damit Geräusche machen. Weißt du, wie hoch springen kann? Ich kann nur mehr springen als ein Baum. Bäume können nicht springen. Wirklich? Das ist ein Stück Holz und das heißt Herbett. Weg damit. Gut. Warum bist du eigentlich hier? Warum guckst du mich so an? Verstehe ich gar nicht. Aber ich finde jetzt, wenn du schon da bist, sollten wir dir die Lippen schminken. Weißt du, was wir gar nicht getan haben? Wir haben dich gar nicht gewaschen. Das ist natürlich doof. Mal bitte die Arme hoch. Ruhig, wasch dich jetzt unter den Achseln. Das ist wichtig. Hey, hier liegt eine Maske rum. Ich weiß gar nicht. Hast du gerade Hunger? Okay, ich habe nichts zum Essen. Mach den Mund auf hier bitte. Lecker, oder? Plastik frisst sich richtig gut. Ja, was ich dir noch sagen wollte. Ich habe einen Pinsel. Danke. Die Reaktion habe ich erwartet. Gut. Ich dubel damit dein Gesicht jetzt ab. Ja, das Nasse. Wie nennt man eine Orange, die auf Wunderschaften geht? Ne, wie nennt man eine Apfelsine, die auf Wunderschaften geht? Richtig, Vandersine. Den kannst du wohl noch nicht. Ja. Gut, das finde ich aber schade. Dann würde ich sagen, mess mir jetzt mal aus, wie viele Schichten Lippenstifte drauf hast. Oh. Das ist aber ein sehr interessantes Ergebnis. Null. Wow. Ich denke, wir sollten dann jetzt mal die Haare kämmen. Deswegen, das finde ich nämlich nicht gut. So, wusstest du, dass hier ganz viele Steinchen drauf sind? Zähl mal die Steinchen. Gut gemacht. Dann würde ich sagen, mach jetzt nochmal den Mund auf. Stech dir jetzt damit ins Auge. Chup, 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 chup. Fühlt sich nicht gut an. Gut. Chup, 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 chup. Und jetzt? Immer noch nicht. Gut. Herbert möchte mit dir reden. Hallo, ich bin der Herbert. Ich bin halt deine Botschaft für dich. Du musst mich nur lesen. Gut. Dankeschön an Herbert für diese Botschaft. Ich habe sie gelesen. Das hier ist Norbert. Nicht zu verwechseln mit der Herbert. Er möchte nicht mit dir reden. Und belästigst du ihn dann? Wahnsinn. Gut. Ich würde sagen, wir sauen jetzt ein bisschen dein Gesicht ein. Das ist nämlich Wasser. Ikelhaft, ne? Ikelhaft. Möchte kein Mensch haben. Aber wenn du willst, kannst du den Mund aufmachen, dann kannst du es trinken. Gut. Auf der Erde haben halt Dinosaurier gelebt. Das sehe ich auch so. Das hier sieht zwar nicht aus, als könnte man es essen, aber man kann es auch nicht essen. Gut. Was hältst du davon? Das habe ich mir schon wirklich fast gedacht, aber das finde ich gut. Danke dir. Finde ich gut. Ich habe dich heute Morgen ausgezufft. Ich hoffe, das macht ja nichts aus. Ja. Das ist doch okay, oder? Oder unter Freunden macht man sowas nicht. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Ich hätte auch gerne Feder. Ich habe mir deswegen heute Morgen keine ausgezufften, da ist die Bahn rausgekommen. Warum hat die Hände? Aber siehst du das? Uhrzeit. Das ist die Uhrzeit. Ich weiß auch nicht, wo die Hände ist. Ich stelle die immer neben mich und dann ist die da. Aber wo ist die hin, wenn ich die nicht da habe? Wo? Verstehe ich schon wieder nicht. Da möchte man noch nichts mit dir zu tun haben. Gut. Du kannst diese Nachricht lesen, aber ich habe gehört, du kannst gar nicht lesen. Das ist natürlich schlecht. Aber ich habe dir ein Gedicht vorbereitet, was ich aufgeschrieben habe. Das kannst du nachher durchlesen. Genau, das würde ich nicht tun. Ich habe hier ein DS-Spiel. Du hast ja kein Nintendo, deswegen habe ich dir das mal extra mitgebracht. Das finde ich gut. Das macht richtig Spaß zum Spielen. Ich habe das noch nie benutzt. Das ist echt gut. Ich würde das ausleihen. Ja, gut. Hier, das schenke ich dir. Dann gibst du es mir in drei Wochen einfach wieder, okay? Gut. Dann gibst du es mir jetzt wieder. Danke. Hat es Spaß gemacht? Das dachte ich mir doch. Ja, ich weiß das. Deine Haare sind wirklich wild. Ich glaube, dir hat heute noch keiner gebürstet. Kann das sein? Machen das hier mal in die Haare rein und nehmen es wieder raus. Genau, das ist gut so. Machen das hier in die Haare rein. Und nehmen es wieder raus. Das ist gut so. Ich mache das jetzt auch nicht in meine eigenen Haare rein. Genau. Sehr gut. Sehr gut. Und dann wünsche ich dir jetzt noch einen guten März. Ciao. Falls dir dieses Video gefallen hat, empfehle ich dir auch gerne mal zum Beispiel bei einem Fokus-Video von mir vorbeizuschauen oder bei meiner Schlafklinik. Hier dreht sich alles da um, gut einzuschlafen. Und dann wünsche ich dir jetzt einen schönen Tag, Mittag oder Abend. Gute Nacht und entscheide dich gut für eines der Videos.